Die Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt-Leipzig-Halle-Berlin, die VDE 8, wird in den nächsten Jahren noch besser in den Eisenbahnknoten Leipzig eingebunden. Dort, wo die Ausbaustrecke Leipzig-Berlin, VDE 8.3 und die Neubaustrecke Erfurt-Leipzig, VDE 8.2 zusammenlaufen. Dazu wird im Anbindungsbereich kräftig in den Streckenbau und in Technik investiert. Der erste Bauabschnitt im Einfahrtsbereich des Hauptbahnhofs hat 150 Millionen Euro in Anspruch genommen. Er ist 2015 fertiggestellt worden. 2016 ist der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen worden. Hier werden 220 Millionen Euro investiert. Rückblick Von 2012 an ist das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs erneuert worden. Auch die Ein- und Ausfahrten in Richtung Osten nach Dresden und in Richtung Norden nach Berlin und Erfurt wurden modernisiert. Die Eisenbahnüberführung Rackwitzer Straße ist komplett erneuert worden. Im Bahnhof standen der Neubau und die Verlängerung der Bahnsteige 10 bis 15 im Mittelpunkt. Es sind die Bahnsteige, an denen die Hochgeschwindigkeitszüge ankommen und abfahren. Von und nach Berlin, München und Dresden. Die Bahnsteige sind dazu mit Baggern und schwerem Gerät komplett abgerissen worden. Der Zeitraffer zeigt die Arbeit von acht Monaten. Die Bahnsteige sind nun bis zu 440 Meter lang, sodass die Fahrgäste bequem in ICE-Züge in jeder Länge einsteigen können. Die Ausstattung der Bahnsteige entspricht den modernsten europäischen Anforderungen und Normen. Die Eisenbahnbrücke über die Rackwitzer Straße und Pate, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, ist in drei Realisierungsschritten komplett erneuert worden. So konnte der Bahnverkehr trotz der Bauarbeiten stets weitergehen. Ein Blick auf die Brücke nach ihrer Fertigstellung. Der zweite Bauabschnitt nördlich der Rackwitzer Brücke hat 2016 begonnen. Dabei geht es weiter um die Verbesserung des Schnellbahnverkehrs nach Berlin und Erfurt, damit die Züge rasch in den Knoten ein- und aus ihm herausfahren können. Dazu werden 15 Kilometer Gleise, rund 80 Weichen und 51 Kilometer Oberleitungen erneuert. Der Bau der Oberleitungsmaste ist mit viel Lärm verbunden. Weitere 350 Fundamente werden in den Boden gerannt. Die Arbeiten finden auch nachts und an Wochenenden statt, um den laufenden Zugverkehr nicht zu behindern. Der Spurplan wird geändert. Durch die Entflechtung entsteht eine eindeutige Zuordnung in Schnellbahn- und S-Bahn-Verkehr. Die rote Linie, die Verbindung zur Neubaustrecke Erfurt-Leipzig, führte bisher um die Zugbildungs- und Behandlungsanlage Nord, kurz ZBA Nord. Die Strecke wird begradigt. Die Zugbildungsanlage für Reisezüge wird nach den modernsten Anforderungen komplett neu errichtet. Die ZBA erhält einen eigenen Bereich, der durch eine Stützwand von den Streckengleisen getrennt ist und sich auf einem insgesamt rund zwei Meter tiefer gelegenen Niveau befindet. Die direkte Anbindung an das ICE-Werk verbessert die Servicemöglichkeiten und stärkt den ICE-Standort Leipzig. Auch im zweiten Baufeld, im Streckenverlauf weiter nördlich in Mokau, werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert, sodass Ende 2017, wenn die komplette Schnellbahntrasse Nürnberg-Berlin in Betrieb geht, der Knoten mit hohen Geschwindigkeiten befahren werden kann. Aus Berlin kommend von der Ausbaustrecke VDE 83 können Züge mit 200 Kilometer pro Stunde in den Knoten einfahren, aus Erfurt über die Neubaustrecke VDE 82 mit 300 Kilometern pro Stunde. Durch die Modernisierung können die Züge mit 160 Kilometer pro Stunde im Knoten weiterfahren. So werden die neuen Fahrpläne mit kürzeren Reisezeiten ermöglicht, die ab Dezember 2017 gelten. Auch die technische Ausrüstung wird auf den modernsten Stand gebracht. Am Bahnhof Leipzig-Mokau wird eine neue Außenstelle eines elektronischen Stellwerks errichtet. Dann werden sogenannte Eurobalisen verlegt, elektronische Meilensteine, die zum neuen Zugsicherungssystem ETCS gehören, das auf der Schnellbahntrasse zum Einsatz kommt. Fahrdienstleiter aus der Betriebszentrale in Leipzig steuern die Züge im Knoten und auf den neuen und ausgebauten Strecken. Im Baufeld Mokau entstehen Lärmschutzwände in einer Länge von 4,2 Kilometern. Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben die Anwohner Anspruch auf Schallschutz, der den geltenden Grenzwerten des Bundesemissionsschutzgesetzes entspricht. Ein weiterer Schwerpunkt des Ausbaus ist der Bereich Essener Straße. Die Eisenbahnüberführung wird komplett erneuert. Die Mittelstützen fallen weg. In vier Realisierungsabschnitten entsteht eine neue Eisenbahnbrücke, Schritt für Schritt bei laufendem Bahnverkehr. Während der gesamten Bauarbeiten wird der Güter- und Personenverkehr über die Brücke aufrechterhalten. Dadurch verlängert sich die Bauzeit, da stets nur kleinteilige Sperrungen erfolgen. Gleichzeitig entsteht der neue Haltepunkt Essener Straße mit Aufzug und moderner Bahnsteigausstattung. Er wird 2018 an das mitteldeutsche Nahverkehrs- und S-Bahn-Netz angeschlossen. Hier halten in jeder Stunde zwei Züge in die Richtungen Delitzsch und Dessau-Magdeburg. In dem angrenzenden Projekt Leipzig-Tegler wird die nach Osten abzweigende Bahnlinie ausgebaut. Dabei entsteht auf der Nahverkehrsstrecke Eilenburg der neue Haltepunkt Mockauer Straße und ein neuer Bahnsteig am Bahnhof Tegler. Der Leipziger Norden erhält damit eine neue Nahverkehrsinfrastruktur. Aus den umliegenden Wohngebieten sind dann Haltepunkte der Bahn zu Fuß in rund fünf Minuten zu erreichen. Dann ist das wichtigste Ziel aber längst erreicht. Der Knoten Leipzig ist mit der Neu- und Ausbautrasse nach Nürnberg komplett ans Schnellbahnnetz der Bahn angebunden. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8, kurz VDE 8, steht vor der Verwirklichung. Es besteht aus Teilprojekten. Der Aus- und Neubaustrecke 8.1 zwischen Nürnberg und Erfurt, der Neubaustrecke 8.2 zwischen Erfurt und Leipzig-Halle und der Ausbaustrecke 8.3 Leipzig-Halle-Berlin. Die Strecke Nürnberg-Erfurt geht im Dezember 2017 in Betrieb. Auf allen anderen Teilstrecken läuft bereits der Verkehr. Die Bahnlinien und Reisezeiten verdeutlichen das Potenzial des Projekts. Die neue Bahnmagistrale kann mit Geschwindigkeiten bis 300 km pro Stunde befahren werden. Die Fahrzeit Leipzig-Frankfurt hat sich seit Ende 2015 um rund 20 Minuten verkürzt. Leipzig-Erfurt um 30 Minuten. Ende 2017 wird die Fahrt Leipzig-München eine Stunde und 35 Minuten kürzer sein. Dann ist auch das Ziel erreicht, die Fahrzeit zwischen Berlin und München auf rund vier Stunden zu verringern. Zwei Stunden weniger als heute. Die Schiene wird zur Alternative zu Luftweg und Straße. Das Projekt hat aber noch eine weit darüber hinausgehende europäische Dimension. Die Karte zeigt das transeuropäische Netz mit den Aus- und Neubaustrecken. Nürnberg-Erfurt-Leipzig-Halle-Berlin ist eine zentrale Verbindung, ein Knoten transeuropäischer Trassen im Nord-Süd- und Ost-West-Verkehr. Das Projekt VDE 8 – ein Lückenschluss im europäischen Schnellfahrnetz.